Mein Tag beginnt um vier Uhr morgens und endet um acht Uhr Abend. Die einzige Zeit zum Ausruhen habe ich, wenn ich schlafe. Wenn wir Arbeit haben, dann gibt es gutes Essen. Und wenn nicht, dann essen wir einfach alles, was da ist. Im schlimmsten Fall lassen wir Mahlzeiten sogar ausfallen. Wir gehen jetzt täglich mit meiner Mutter zur Arbeit. Sie ist Maurergehilfin und ich helfe ihr. Wir nehmen auch meinen achtjährigen Bruder mit, weil er nicht alleine zu Hause bleiben kann. Weltweit sind rund 73 Millionen Kinder von den schlimmsten Formen von Kinderarbeit betroffen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie werden es täglich mehr. Das muss sich ändern. Du hast es in der Hand. Achte beim Einkauf auf fair gehandelte Produkte. Unterstütze Organisationen in ihrem Engagement gegen Kinderarbeit und fordere mit uns gemeinsam verbindliche Verantwortung in Lieferketten. Mach auch du mit und setze ein Zeichen gegen Kinderarbeit. Lade dein Foto hoch und werde Teil des Mosaiks gegen Kinderarbeit. Alle Infos findest du unter www.kinderarbeitstoppen.at